Ach, okay. Es wurde ihre Lieblingsfalle. Und damit wurde die Fession nicht reingenommen. Mit diesen Pfeilen, mit diesen Fallen. Da waren wohl alle so dumm und sind ständig da reingerannt. Alle Gegner. Tja, okay, kein Wunder. So, aber der da hinten schießt nicht. Jetzt schon. So, Mafiumein regelt. Das war ja schwer. Na, warte. So, ich habe den besseren Kettensäger als du. Kommt das hier? Oh, hier kommt das. So, den meine ich nicht. Die Mini-Garn auch nicht. Ich meine hier was anderes. Ich glaube, das war hier. Hm, war das hier? Doch, ich glaube, es war hier. Da müsste es sein. Und der hat mich entdeckt. Ich glaube, der Ball ist gleich auf mich. Hilfe. Kamera, geh weg. Der hat mich entdeckt. So, puh. Das war knapp. Okay, muss man kurz schauen. Was war das hier? Hm. Von hier sehe ich nichts. Aber ich glaube, es war da drüben. Okay, was im Teufel. Was im Teufel. Was soll das? Alter, kam das überraschend. Direkt vor mir gespawnt. Ernsthaft, Spiel. Ist das denn ernst? Aber ich glaube, es müsste hier sein. Hinter mir. Mit dem Trampolin. Auftritt. Und nochmal ernsthaft. Die blöden Kamikaze, die vor mir gespawnt sind, haben mich übel erwischt. Das ist echt mies. Und damit könnte Mantel uns sehr schnell fertig machen. Einfach die direkt vor uns spawnen und dann ist schnell zu Tschüss. Da kann es ernsthaft, selbst der Ernsthafteste nichts tun. Wegen so eine freige Taktik. Aber ich glaube, dafür ist Mantel durch Affentempo. Entweder zu dumm und kommt nicht auf die Idee oder zu stolz. Er will uns anders besiegen. Kann auch sein. So, ich bin hier, ich bin da, ich bin dort. Ich bin hier und ich bin weg. Na, schau das aus. Habt ihr Glück gehabt? Oh. Äh. So. Nö, nö. Hä? Wo war das denn jetzt? Na toll, da war so ein Raketenhain hier. Ernsthaft. Ist das denn ernst? Ernst. Okay, so wollt ihr also spielen. Na schön. Wenn ihr so spielen wollt, dann gut. Da mach ich mit. Da mach ich mit. Affentempo. Diesmal nicht. So, hui. Stür. Hui. Hui. Nein, Affentempo aus. Der Affe ist abgehauen. Gebt dem Affen Zucker und dann los. Ich brauche hier nochmal. Ich brauche nochmal. Ich brauche Energie. Da ist der Zucker für den Affen. Komm schon. Geil, okay. Jetzt ist er wieder fit, der Affe. Wieder aufgedreht. So. Hui. Yes. Maximum an Spaß. Ja, wo ist ein Raketenhain hier? Wo ist der Raketenhain hier? Der uns hier erwischt hat. So. Äh, warte. So. Hey, wo ist denn der? Was für eine Raketehain mich denn hier erwischt? Das ist ein Faschenspiel. Wo ist denn der? Noch jetzt auf einmal kommt der. Das war knapp. Zwei. Drei. Fünf. So. Okay, ich wollte schon sagen. Puh, das war knapp. Okay. Darf ich mich jetzt mal umschauen? Darf ich bitte? Okay. Ich glaube, das war nicht hier. Das kommt noch später. Okay, wer ist denn hier noch? Hallo. Wer hat sich hier wieder festgesetzt? Wer kommt nicht weiter im Leben? Die kommen nicht weiter. Nee, sowieso nicht. Und wer noch? Da hinten. Ist da wer? Ach, nee. Noch da. So, komm mal den Baum im Weg. Und der war zu fett. Interessant. Äh. Okay, das war nicht hier. Glaube ich zumindest. Das, was ich hier suche. Ich glaube, das war in einem kleineren Hof. Aber das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Das darf ich nicht verpassen. Okay. Hm. Ist ja noch ein bisschen Lutsch. Was versteckt das? Da hinten sieht es richtig aus. Aha. Geheime Munition. Und was kommt? Nix. Okay. Ernsthaft. Ernsthaft jetzt. Kein Lutsch. Okay. Nein, das machst du nicht. Okay, ist nur Munition. Aber ist auch gut. Schön. Munition. 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 Schade. Ich dachte gerade, dass wir eine Waffe zum Mitnehmen. Okay, aber das war nur dafür. Okay. Wir haben eine geheimen Munition. Was nicht geheim ist. Okay, aber ich glaube, jetzt kommt es, oder? Ich habe es in Erinnerung, dass wir so durch eine Tür gehen. In diese Richtung. Und dann kommt es direkt. Nee, hier ist es auch nicht. Okay, kommt es dann später. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Was kommen da für Typen? Was kommt da? Was ist los? Ein sehr langer Weg. Na das stimmt, das ist sehr lang. Wir müssen uns durch diesen Hof kämpfen. Wenn du deine Artillerie... Wenn du deine Artillerie klug einsetzt, kann uns das sehr helfen. Schieße um zu töten, töte um zu überleben, überlebe um ein Million Kröten zu gewinnen. Das mit der Kohle war nur ein Witz. Beim nächsten Mal bleibe ich uns versprochen. Darauf willst du mal trinken. Gut, es könnte ja jemand... ...eine Million Kröten... ...auf Mittels Kopf legen. Als Kopfgeld meine ich. Nicht, wer wird Leuchter auflegen. Obwohl es interessant wäre. Oh was? Hehehehe, ärzthaft. Oh, das aber nicht. Er bringt uns die Kanone. Oh, vielen Dank. Oh, ich sag doch, die sind Freund glücklich. Es sind eigentlich auf unserer Seite. Sie sind nur falsch verstanden. So, wir müssen die Artillerie klug einsetzen. Wir müssen sie ganz klug einsetzen. Ganz klug. Ganz, 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 ganz klug. Bitte alle in eine Reihe. Und er macht die Kamikazes kaputt. Hehehehe. So, der arme Sack. Okay, bitte eine Reihe. Bitte eine Reihe. Na los, eine Reihe. Puh, puh, puh. Los, stirbst schnell. Mist. Schnell Nummer 7. Hui. So. Schreihals. Okay, wieder Nummer 7. Bitte eine Reihe. Eine Reihe. Geil. Danke fürs Mitmachen. Oh, Munition. Das ist aber nett. Ich hab's doch gesagt, die sind auf unserer Seite. Oder sie hassen die Stiere. Stimmt. Sie wollen sie loswerden. Kann er verstehen. Wer will schon Stiere in seiner Armee? Als Kameraden. So, wer will das schon? Niemand. Nicht mal bauen wollen wollen die. Selbst die wollen die Stiere hier nicht. Die sind so scheisse. So unnütz. So nutzlos. Das wird langsam problematisch. Ich hab keine Kanonkugel mehr. Oh, shit. Dann muss jetzt das her. Halt's Maul. So. Okay. Schön ausweichen. Immer schön ausweichen. Hier mal schön ausweichen. Kannst du noch mehr ausweichen. So schwer ausweichen. Hui. Sekundenschnelle Angriffe müssen wir hier ausweichen. Das ist richtig übel. Wie bei Dark Souls. Ach du Scheisse. So. Richtig pixelgenau. Alles machen. So. Okay. Dann haben wir den Scheuhalz. Zwischendurch. Ist auch schön. Bisschen Abwechslung. Tja. Da hab ich nichts mehr. Dann wird jetzt gegrillt. Barbecue. Es gibt gegrillte Knochen. Gegrillte Knochen für alle. So. So. Hier sind alle angeladen. So. Du 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 du. Hehehehe. 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 So. Okay. Die Waffe ist doch nice. Ich glaube ich konnte damals nie damit umgehen. Mit kleinen Knie auf das Vergangenheitsboden. So. Ich durfte damals viel zu unerfahren. So. Tja. Ist doch viel easy. Genau. Feuerteufel. 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 La 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 la. La 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 la. Aber Mist. Wie geht die Munition aus? Was nicht nett. Okay. Schönen die die letzten. Hehehehe. Haus auf die gegrillte Knochen. Nice. Lecker. Ein richtiges Festessen. Mh. Tja. Könnte gerne hier hinkommen und da ein bisschen nehmen. Ist genug für alle da. Tja. Dankeschön. 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 Danke. 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 Wieder zwei. Die Kanone und die Minigun. Okay. Habe ich jetzt hier wieder übersehen die ganze Zeit. Leben brauche ich nicht. Habe kaum was verloren. Oh shit. Nächste Runde. Und wie. Come on. I have enough lead for all of you. Aber echt. Wie eine blaue Bohnen für dich. Eine für dich. Nein. Kann ich ausweichen. Das ist euer Ernst. Bleibt schön hier. Ich habe hier blaue Bohnen für euch. So. Schön. Einmal für dich. Einmal für dich. Nein. Die bewegen sich zu viel. Was soll denn das? Hört auf euch zu bewegen. Was denn Mist? Was denn Mist? Ah okay. Was soll das denn? Das war ja interessant. Der wollte wohl mitmachen. So. Ganz schnell befördert werden. Vier. Fünf. Oh shit. Zeit für Nummer sieben. Bisschen Bowling. 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 Queen. Nein. Stopp. Okay. Nein. What? Ach okay. Ich glaube das war meine eigene Kanone. Ja das hatte ich im ersten Teil gemeint. Come on. I have enough lead for all of you. Das hatte ich gemeint damit. Man kann sich leicht selbst damit töten. Ich glaube eine Kanonkugel kam zurückgeschossen. Das war ja nicht so toll. Und so wäre Zero Sam jetzt gestorben. An seiner eigenen Kanonkugel. An seinen eigenen Balls. Was wäre die Was-were-Wenn-Geschichte. Ach der hatte Munition. Okay. Der kommt mal ran. Danke für die Unterstützung. Muss aber nicht. Oder ich glaube der wollte campen. Der wollte die Gelegenheit ausnützen. Und von der Armee fliehen und campen gehen. Tja und ich habe ihn erschossen. Ist echt traurig. Eins. Zwei. Drei. Mist. Eins. Drei. Drei. Fünf. Fünf. Eins. 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 Zwei. Drei. Vier. Fünf. Äh. Verdammt. Der Heiserwon will auch mitzählen. Okay. Ich versuche gerade zu analysieren was es war. Was zum Teufel trifft mich da. Aber ich kann mich nicht konzentrieren bei diesem Lärm. Okay. Was zum Teufel tötet mich da. Ich habe genug Lärm für alle von euch. Äh. Was zum Teufel. Okay. Das ist so schnell passiert dass ich nicht mal wusste was da war. Hä. Okay. Sobald die Stiere kommen. Nicht draufballern sondern müssen wir schauen. Was zum Teufel kommt denn da. Okay. Das ist echt seltsam. What the fuck. So. Ja genau. Rucksackhaini. Komm her. Du Rucksackhaini. Na los. Nein. Er wischert den. Okay. Ich dachte schon der tötet den jetzt. 4, 5, 1. 1, 1. Autsch. Komm Leichen geht weg. Ich muss den da treffen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Okay. Was zum Teufelspiel. Das ist echt scheisse. Was soll das? Die Stiere mit Kanonkugeln. Die machen uns nach. Die kopieren uns. Ernsthaft? Dadurch bin ich gestorben. What the fuck. Das ist echt scheisse. Das ist echt scheisse. What the fuck. Pff. Hm. Tja. Jetzt sind wir nur noch auf 100 drunter. Nur noch. Ist nicht gut. Kommt es jetzt? Kommt das vielleicht jetzt? Zwei Waffen fehlen noch. Mal schauen, ob es jetzt kommt. Ah Mist. Falsche Taste. Ich glaube, hier kommt es jetzt. Das könnte jetzt echt sein. Aber noch sehe ich ja nichts. Oder warte. Ich glaube, ich muss zuerst was anderes aktivieren. Stimmt. Ich glaube, das war es. Okay. Das war überraschend. Ich glaube, ich muss zuerst was aktivieren. Aber ich glaube, es war immer noch nicht hier. Ja, warte. Oh Mann. Hört auf mit dieser Scheisse. Direkt von hinten spawnen. Ist das so ernst? Lass den Scheisse. Das ist nicht fair. Okay. Da ist jetzt einer. Leck dich hin. Der Baum hatte Schmerzen. Da musste erlöst werden. Okay. Okay. Ich glaube, das Spiel hat eingesehen, dass wir einfach zu gut hindurchkommen. Wir machen einfach alles platt. Ohne wenn und aber. Ohne große Mühen. Und kommt jetzt mit diesem Scheiss. Spawn direkt Gegner neben einem. Für etwas mehr Schwierigkeit. Okay. So, was ist denn hier? Racketteln, Heini. Hallo. Rackettos. Hm. Da hat das schon. Da bewegt sich nicht. Hübsch. So, das hätten wir ja. Hör auf zu pfeifen. So, lass den Scheiss. Noch eine Pfeife. Okay. Das war immer noch nicht hier. Ich glaube, das war immer noch nicht hier. Nein. Das ist ein Scheiss. So. Gut. Das waren die. Und das warst du. Okay. Oh. Die halbe Energie. Das ist aber nett. Oh nein. Die Mafia-Männer hat keine Freunde mehr. Der hat seine Freunde verbraten. Nett. Er hat noch so getroffen. Okay. Wo sind wir denn da jetzt? Nummer 5. Nummer 3. Nummer 2.